Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute erklären wir die Ursachen und Auswirkungen von Bluthochdruck auf den Organismus und geben Ihnen effektive Tipps, was Sie dagegen tun können. Von genetischer Veranlagung über ungesunde Lebensgewohnheiten bis hin zu Stress. Dies sind verschiedene Aspekte, die zu einem erhöhten Blutdruck führen können. Hoher Blutdruck belastet das Herz-Kreislauf-System und kann zu ernsthaften Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenerkrankungen führen. Hier sind 10 wertvolle Tipps, wie Sie Bluthochdruck auf natürliche Weise senken können. Tipp Nummer 1. Ernährungsumstellung Eine ausgewogene pflanzliche Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und magerem Eiweiß ist, kann den Blutdruck senken. Auch Knoblauch, Algenöl und Hibiskustee leisten bei zu hohem Blutdruck gute Dienste. Tipp Nummer 2. Kaliumreiche Lebensmittel Lebensmittel wie Bananen, Orangen, Spinat und Avocados enthalten viel Kalium, das den Blutdruck senken kann. Tipp Nummer 3. Reduzierung von Alkohol und Koffein Alkohol und Koffein können den Blutdruck erhöhen. Begrenzen Sie daher Ihren Konsum oder verzichten Sie ganz darauf. Tipp Nummer 4. Gewichtsreduktion Übergewicht kann zu Bluthochdruck führen. Durch eine gesunde Gewichtsabnahme können Sie Ihren Blutdruck senken und Ihre allgemeine Gesundheit verbessern. Tipp Nummer 5. Regelmäßige körperliche Aktivität Bewegung ist ein effektiver Weg, um den Blutdruck zu senken. Versuchen Sie, mindestens 30 Minuten pro Tag aktiv zu sein, sei es durch Spaziergänge, Radfahren oder andere Aktivitäten, die Ihnen Spaß machen. Tipp Nummer 6. Stressmanagement Stress kann den Blutdruck erhöhen. Finden Sie Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga oder Atemübungen, um Stress abzubauen und Ihren Blutdruck zu senken. Tipp Nummer 7. Reduzierung von Natrium Eine salzarme Ernährung kann den Blutdruck senken. Lesen Sie Lebensmitteletiketten sorgfältig und wählen Sie Lebensmittel mit niedrigem Natriumgehalt. Tipp Nummer 8. Reduzieren Sie den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln und gesättigten Fettsäuren. Diese Nahrungsmittel treiben Bluthochdruck in die Höhe. Tipp Nummer 9. Regelmäßige Kontrollen Überwachen Sie regelmäßig Ihren Blutdruck, um sicherzustellen, dass Ihre Bemühungen zur Senkung des Blutdrucks wirksam sind. Tipp Nummer 10. Oxytocin Dieses Hormon, welches auch als Kuschelhormon bekannt ist, wird zum Beispiel beim Sex, beim Kuscheln oder einfach nur in verbundener Zweisamkeit vom Organismus ausgeschüttet und senkt den Blutdruck zuverlässig. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, ein besseres Verständnis über Bluthochdruck zu bekommen und Ihnen unsere Tipps weiterhelfen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke. So verpassen Sie zukünftig keine hilfreichen Tipps rund um die ganzheitliche Gesundheit. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, zögern Sie bitte nicht und hinterlassen Sie einen Kommentar. Gute Besserung und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!